Herzlich willkommen, hier ist dieser Paum mit dem Thema LibreOffice Kalk, ein neues Tabellenblatt einfügen. Neue Tabellenblätter können auf mehrere Arten eingefügt werden. Am schnellsten geht es durch ein Klick in der Tabellenleiste auf das Symbol Tabelle einfügen, ein Plus-Symbol. Hier. Und schon ist die Tabelle 2 da. Dadurch wird ohne Dialog unmittelbar ein neues Tabellenblatt am Ende eingefügt. Durch eine der folgenden Methoden kann mehr als ein Blatt eingefügt werden, ein Blatt umbenannt werden oder an eine andere Stelle verschoben werden. Klicken Sie dazu auf den Tabellenreiter, neben dem Sie eine neue Tabelle einfügen möchten. Danach haben Sie folgende drei Möglichkeiten. Wählen Sie einfügen, Tabelle aus dem Hauptmenü. Zweite Möglichkeit führen Sie einen Rechtsklick auf den Tabellenreiter und wählen Sie Tabelle einfügen. Oder als dritte Möglichkeit klicken Sie in den leeren Raum am Ende der Reiterreihe. Hier zum Beispiel. Jede dieser Optionen öffnet den Dialog Tabelle einfügen. Hier können Sie auswählen, ob die neue Tabelle vor oder nach der ausgewählten Tabelle eingefügt werden soll und wie viele Tabellen Sie einfügen möchten. Wenn Sie nur eine Tabelle einfügen, können Sie dieser einen selbstgewählten Namen geben. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück.